Ich töten muss. Nein, nein. So, jetzt töten wir erstmal. Ich habe die Folge gemacht. Eins. Nummer zwei. Und das ist Nummer drei. Da siehst du wohl, geht doch. Ähm, Inventar. Dort und verbessern. Zwölf, siebenfünfzig. So, und jetzt brauche ich noch einen. Band-Dienst-Stand-Rekrutieren. Ja. Ah, was haben wir denn da? Kommst du noch? Kommst du noch? Kommst du noch? Jawohl. Ui, je, 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 je. Hoffentlich kommt mir jetzt keiner in die Quere hier. So, tschüss. Tut mir ja überhaupt nicht leid. Nein. Ganz und gar nicht. Ja, ich sag ja, ich bin der Beste. Der Besten. Oh Mann, da darf man keiner hören. Oh, 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 oh. Halt hier. Hm, was ist denn? Weißt du, was das a- Pfff! Sauh, was ist denn? Atau! Atau, 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 cop買 Mitternere linked. Hui. Hi-h对. Das ist super. Aua. Oh oh. Alter, ich bin ja fast platt. Und keine Macht mehr. Nichts mehr. Wo kommt das denn her? Komm jetzt. Nein, 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 nein. Nicht den Grau. Jetzt muss ich mich echt erst mal wieder auffüllen. Halt, 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 halt. Nein, nein, nein. Der ist am Linke? Nein. Oh, ja, 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 ja. Und tschüss. Ja, logisch. Tja, der hat noch niemals gemerkt. So schnell bin ich. Ja. So. Jetzt muss ich da doch nochmal hin. Alter, ist das ein Gebiet. Einen würdigen geh ich noch. Naja. Hier, wo der den Grau hat, die aber ganz schön gewütet tun. Kann ich den? Ne, kann ich nicht. So läuft das hier. Was? Nein. Hey, kommst du mal aus dem Feuer? So, sehr zu, wie du klarkommst. Freude Schnürschuhe. Da ist noch einer. Was? So, mein Freund, jetzt bist du mal hier der Buddy von mir. So, mach dich vom Acker. Du Keule, mach dich auch vom Acker. Nice, sagt er doch noch den Acker an. Gut, dann gehen wir trotzdem rein. Ja, ich hab keine Ahnung. Und ich mach eben... Oh, ha. Die kann ich nicht übernehmen. Mein Bauch ist leer. Du wirst ihn füllen. Ja, ja. Ich hoffe nicht... Nichts gegen Hinrichtung. Herr der Jagd. Moment, Herr der Jagd. Aha. Stärke der O-Lock. So, macht mal eure Arbeit da. Ja. Nein, nein. Nein. Ah, ich hab gar keinen. Nein. Ah, ich hab noch mal hier. Oh. Nein, 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 nein. Ah, ah, da soll ich nicht sein. Oha. Ah, ah. Das kann ich. Es ist nur schade, dass ich mich töten muss. Nein, nein, ich verspeise dich. Nein, die Spinnen. Nein, nein. So, du bist erledigt, getötet und du bist der heilige Dahl. Gesegnet seist du. Ja, sauber. Gut, sehr gut. Ja, mit den ganzen Buddies hier, das ist gar nicht mal so ungübel. Okay. So, Inventar, die Oma. Gucken wir uns doch gleich mal an, wenn ich dafür... Ja, leider konnte ich ja das nicht machen. Das ist über 40, aber der war über 51 und den konnte ich nicht nehmen. 48. Töte einen Untoten. Nein, kann ich jetzt noch nicht. Absolut nicht. Ja, ich will zum Banditenstamm, hallo. Da muss doch mal etwas so ein 40er nur kommen. Banditenstamm. Wie ich das wüsste. Unbekannter Hauptmann. Warte mal, lass uns hier mal gucken. Mystikerstamm? Nein. Auch nicht. Ja, das weiß ich eben nicht. Hier ist schon wieder Banditenstamm. Was ist eigentlich hier? Was für ein Stamm bist du denn? Dunkelstamm. Hm, Gauner. Anfällig gegenüber das. Furchter Feuer vor Gift. Auch nicht schlecht. Wir erzählen natürlich tödlich. Ja, Macht besetzen. Besessen. Wird erzürnt, wenn wir eine Frau. Ja, gut. Gauner. Hm. Macht. Macht. Das kann auch täuschen. Das sage ich dir. Ja. Das kann auch täuschen. Absolut. Ja, ja. Ai, 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 ai. Was ist das? Ach. Willi. Ach. Ach. Oww 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 Scheiße Du bleibst hier. Du hast mich getroffen, du kleiner Saubeugel. Alter, ist ne Ratte. Man gebe es mir. Hier. Oh, da sind Infos. So. Warte mal. Ich muss mal irgendwo gucken. Das ist dort, genau. Das war ja der Hau in den 22. Aber mal, hallo, die Muster befällt mir. Allein dafür müsste sie sich töten. Ja. Das ist keine verschiedenen Höhen, sondern eine große. Du auch noch. Oh, sehr gut. Lässt sich an. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ist da oben einer? Ach, da muss ich mich. Guck ihn an. Ja, wir werden Borgeroth. So weit wie möglich werde ich das auch noch. So, da muss ich das mal nochmal. Ja, Deserteur. Anfällige Schleichen. Feuer, Gift. Alles machtbesessen. Gut. Ich würde sagen, lass uns nochmal starten. Acht kann täuschen. Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Oh ja. Tötet, sehen. Luftschleich, tötet. Ja, gut. Wenn ich das hinkriege, ist das okay. Oh. Zack. Die Nummero. Ey. Ach, Terrorisierung. Terrorisierung. Ja, man sollte auch. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ja, absolut. Diesen Ork-Mau-Dören ist nichts wichtiger als ihre Beute. Sicher wichtiger als ihr Leben. Wie gefällt es dir da? Nein. Das geht nicht. Oh, Mann. Super. Ich bin feiert. Nein. 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 Frisierung in O2 Na kommst du da hoch oder nicht? Nein, nein, nein Eine hab ich aus Ja, na komm Gib mir die zweite Terrorisierung Die brauch ich So, da ist sie Oh, vier Stück noch Gar nichts, überhaupt nichts Da ist er Ja Er ist recht Oh komm, hier jetzt Sag ich's doch, das stimmt Ah Ah Nein, nein Erledigt, ne? Dann war das doch wichtig Ja Guck mal, der Stufe 8 und die sind Ding Was episches Gut Ist das nicht schön So, jetzt gucken wir mal weiter Ähm, ich würd sagen Was ist das für einer? Kann man gar nicht wissen So ein Mist Ich würd sagen, lasst uns nach Gorgorod Ja Weil da müssen wir hin Das ist, da muss ich mal langsam in der Pötte kommen Ja, sonst wird halt nix Ne, sonst wird halt nix Guck mal, hier haben wir auch noch das hier Also, hin Gut, weiter geht's Achso, ich wollt mal irgendwas nachgucken Äh, Mist So Ähm Okay Da drüben Ich muss da heranziehen Ne, das wär ja dann ein Fixer gewesen Oh Oh Oh, das ist Hammer, Hammer, Hammer Ist das alles, was Sie wollen? Hey Ich glaub das Zwei Tücke Genau Ganz genau Auf sowas steh ich Ja Da oben sind Infos, die wollen wir natürlich auch Und wie du das wirst, mein Freund Ja Was, was du denn noch mal? Legendär Maschinensturm Hm, gut So, dann haben wir hier noch was Alter, hier laufen die nur so baddies rum Leckige, der sieht aber grimmig aus Oh, ja Er hat seinen Flammenwerfer dabei Nicht schlecht Immer schön nach oben, nach unten, sodass mich keiner Sehen kann Oder überraschend Die Leerbelagerungsbestien Würde jede Menschenstab fallen Nicht wahr Nicht wahr Nicht wahr Zauber, guck der der Sand Stammesbündnis, äh, Banditen Gut Lass mal knacken Ich will einen 40er haben Aber ob davon einer 40 ist Verräter und all ihre Gefolgsleute verdienen einen langsamen qualvollen Tod Ach guck mal Es ist seine Festung Das ist schon immer Wo sie Oh, oh So, wo ist denn jetzt ein 14? Da wäre etwas bestätigt Episch So, das wird die Keule holen wir uns mal hier hinten Ja, und dann übernehmen Doch hoffentlich kann ich den übernehmen Oh Genau Oh, der ist Oh, der erste Nieder Na Na Gut Der macht mal eben Genau Ich fühle jetzt endlich leid Ah Oh, Busse Wat? Busse ist tot Gut Oh ja, genau das wollte ich Danke Ja, ein ganz neuer Hoffentlich hat der Kneiser ein Wille jetzt Rekrutieren Na? Na super, los, mach dich vom Acker Ich sag doch Null problemo da Schurkenrüstung Jawoll Was ist doch Genau das Die haben wir noch Des Verteidigers Warte mal Der ist Der ist Fast alle Ja So, der ist auch Dann habe ich wenigstens mein Teil erfüllt Und hier? Das ist nicht geil Ja Kampfberichte Neue People's da Ja Booyabees Oh, guck mal Sit, 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 aber da die fünf Die muss ich noch wegpacken Ja Die sind alle irgendwo eingesetzt Ja Ich bin erledigt Warum sollte ich erledigt sein? Da ist kein Grund zu Nein So, jetzt lass uns doch mal schauen Wie wir dort aussehen Inventar So, 200 Rumpst Rumpstibumst Genauso sieht das 45% weniger Okay Getöteten Hauptmann Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht Scheibenkleist Ach, ne Der wäre eh nicht gegangen Stufe 55 Da habe ich nichts mehr, ne Nein Schreckenstaben Die sind alle überall Ja, alle Rekrutierer Ein schlechter Nö Mach ich jetzt nicht So, was haben wir hier noch irgendwas? Ja Auf jeden Fall Supergut Ähm So Bruce ist also tot Na gut, da tut mir zwar leid für ihn, aber Da habe ich jetzt keine Ach, das wollte ich gar nicht hin Ne Ich wollte hier hin So, was haben wir denn hier? Ähm Das nehmen wir noch mit auf jeden Fall Der kann nicht Ne Ne Was ist denn Was bist du denn für einer? Orza Bandinenstammbrecher Hm Oh, der ist gleich alles Er zöhnt durch Spinnen Ne, den werde ich nicht angreifen ohne Ähm Was der für Schwächen hat Aber warum kommt der nicht hin Oh, 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 oh Ja, ja Na komm So ist brav Kommt zum Onkel Jetzt kann ich hier 10 Minuten stehen bleiben Der wird da nicht machen Ich habe jetzt gar nichts gesehen Jetzt ist er weg Warte mal, wer weiß Was? Hast du schon alles für das gehört? Oh Oh, ich will auch die Dinger noch einsammeln Ja Ja, wo sind die? Oh Oh Alle an sogar Ja, ich bin schon da drüben, aber Du wirst mich nicht Ja, der 55er ist weg Lass uns einfach hier durchflitzen im Moment Ja Komm Die beiden nehmen wir noch mit Ah ah No way No way Das ist links oder Nein Was? Nee Ja Ich bin Das ist Ich bin Ich bin Ich bin Es Ich bin Es Leckerli. Du hast gar nichts von dir mitgekriegt, dann gehörst du hier nicht her. Du bist ja ein ganz großer Lutscher. Ne, aber der ist guter. Wuppdiwupp, aufs Gehen. So Freunde, das war's erstmal für die Folge und in der nächsten sehen wir, was ich auch vorhabe.